Im Finale von Bauer sucht Frau International, 6. Juni, kam heraus, dass aus Bauer Gerfried und Liebesanwärterin Angelika nichts wurde. Im Netz muss der Landwirt deshalb nun viel Spott über sich ergehen lassen. Bauer sucht Frau International, bittere Liebespleite bei Gerfried und Angelika. Nicht alle Landwirte fanden in der diesjährigen Bauer sucht Frau International Staffel ihr Liebesglück. Im Finale, 6. Juni, kam es unter anderem zu dramatischen Entwicklungen bei Philipp, 42, und Susanne, 38, auch Marie Soul, 66, zeigte sich enttäuscht von Süste, 65. Doch auch aus Gerfried, 51, und Angelika, 31, wurde am Ende kein Paar. Nach den Dreharbeiten offenbarte der Liebessuchende, Angelika und ich haben uns kurz noch getroffen, und ich war bei ihr einmal, aber es hat halt nicht gepasst zwischen uns zweien. Das heißt, ich bin wieder Single. Dabei wirkte zuvor noch alles ziemlich vielversprechend, Gerfried offenbart sogar, sich in die 31-Jährige verliebt zu haben. Woran es letztlich wirklich zwischen den beiden gescheitert ist? Unklar, doch Fakt ist, dass sich Angelika nach eigenen Angaben weitere Kinder gewünscht hatte, Gerfried allerdings bereits sterilisiert ist. Er scheint nicht ohne Grund Single zu sein. Im Netz muss sich der Bauer sucht Frau International Kandidat nun eine Menge gegen Wind und Spott der Zuschauer gefallen lassen. In den Augen vieler Fans hätte ohnehin Hofdame Nicole, 49, besser zu ihm gepasst, doch die hatte Gerfried nach Hause geschickt. Eigentlich würde ich viel besser zu ihm passen. Daher ist es für mich unverständlich, zeigte sich die 49-Jährige damals enttäuscht. Das war so klar. Diese Angelika war von Anfang an sehr leicht zu durchschauen, schreibe eine Userin beispielsweise auf dem offiziellen Account der RTL-Show. Tja, da will er einerseits eine junge Frau und andererseits sein Leben genießen ohne Kinder. Und dann kommt der Alltag mit kleinem Kind. Es war so klar, dass das nicht funktioniert. Ich hoffe, dass Nicole nicht zu ihm zurückkommt. Er muss echt mal erwachsen werden, er schoffiert sich eine weitere Zuschauerin. In anderen Kommentaren heißt es, Nicole wäre es gewesen. Hübsch und erfahren. Schade, dass heutzutage andere Werte mehr zählen, warum überrascht mich das jetzt so gar nicht? Es war abzusehen. So ein Gockel oder einer super, gleichaltrigen, hübschen Frau hat er den Laufpass gegeben. So eine Frau vor den Kopf zu stoßen. Nie. Er scheint nicht ohne Grund Single zu sein, ist im Netz zu lesen. Autsch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020